Pssst, 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 pssst. Ohne Sky. Yay. Okay, dann. Wenn ich will, der hat schon. Ja, ist richtig. Ah, sehr gut. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie du Türen ohne Klinken aufmachen kannst, aber es ist cool. Brachsteuerung? Gesten? Gestensteuerung. Oh, Gestensteuerung. Habe ich also das falsche Gesicht, würde ich mir damit sagen. Du hast gesagt. Ja, weil du es gedacht hast. Nein, es war ja Gestensteuerung, keine Gedankensteuerung. Ah, verstehe ich nicht. Drück den Knopf. Ja, ab in die Tiefe. Oh. Muss mal kurz nebenbei den... So, den, den, den links, ja, dass er... Genau, den Steam-Chat-Overlay wieder mit aufmachen, dass wenn das Guy doch noch irgendwie da sein sollte, dass ich mir schreiben kann, dass wir ihn einladen werden, dass er mitmacht. Vielleicht, falls er heute Abend noch erscheint. Vielleicht. Weil ich weiß ja nie, wann er da ist und wann nicht. Und da ich keine Kontaktmöglichkeit habe, außer Discord, wo er nie online ist, und Steam, wo er nur online ist, wenn er online ist, kann ich ihm halt auch nicht schreiben. Ja? Hack doch einfach mal nach seiner Nummer. Äh, ich glaube, das hatten wir schon mal. Da ist nie was draus geworden. Wahrscheinlich bin ich ihm zu hässlich. Ja, mit dem Gesicht. Äh. Und da rennt er einfach weg. Ich kann dich ja nicht mal hauen. Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück bei Arbitative. Wir untersuchen heute wieder die Fabrik. Und wir gehen rein. Mit dem Reaper. Yeah. Reaper, Reaper, Reaper. Reaper, Reaper, Reaper. Reaper, Reaper. Reaper, Reaper, Reaper. Reaper, Reaper, Reaper. Das klang jetzt ein bisschen wie das ProSieben-Dings. Eigentlich. Eigentlich nicht. Ja. Reaper, Reaper, Reaper. Au. Es kann natürlich sein, dass wir nicht ganz so krasse Dinge erleben werden, weil wir jetzt nur wieder zu zweit sind. Da war es stellenweise auch ruhig mit dem Sky. Es sei denn, du hast doch Ultra-Hardcore eingestellt oder so. Obwohl ich der Host bin. Natürlich. Ein Prinzip aus. Ah. Also noch habe ich nichts gesehen. Ich will zuerst sterben. Du hast die Kamera, das wäre schlecht. Ach, passt schon. Die Kamera muss raus. Ist hier ein Licht am Ende des Tunnels? Ah, rein da. Immer wieder rein in die ganze Soße. Mit der Schose. Ich bin hier links, ja. Oh. Da gehe ich mit. Die haben nicht mal Knochen oder sowas gefunden. Was ist denn hier los? Richtig schlecht. Ey, wirklich gar nichts. Halt, ich schau was. Reaper? Wo bist du? Oben. Wo bist du? Wie? Ach, Geo, was? Nein, wo bist du? Ach, da bist du. Ja. Hallo. Ja. Von da komme ich gerade. Tja. Es läuft im Kreis. Ja, hier, Geo, watz. Nein. Oh mein Gott. Geo, watz, watz. Der stolpert eigentlich hinterher, ja. Los. Ah. Oh, sind das zwei? Oh mein Gott, das sind zwei. Er hat sich geklont. Er hat sich gepaart. Zeltheilung, was auch immer. Oh, aua, ha, 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 mein Hintern. Hm, Geo, watz, sie ist okay. Was finden wir hier noch? Silos. Oh, da. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Das ist eine Schweinemask. Vorsicht, Geo, watz. Das ist eine Schweinemask. Sind wir jetzt hier bei irgendeiner Fetisch-Party, oder? Oh, du bist auch tot. Wow. Cool. Na gut, erst mal gratis Pudding abgegriffen auf jeden Fall. Aber, ist aber, ist Rainer Kallmund voll durch ins Beide durchgerannt? Ja, ich habe nur gesehen, Achtung, da bist du weggeflogen und in dem Moment habe ich es auf mich zuwenden sehen. Oh, okay, na gut. Hm. Ich habe es aufgenommen. Das werden wir jetzt allerdings nicht erfahren. Wir finden morgen die Kamera wieder. Ja, definitiv. Hey, das sagst du so einfach. Hat Sky die ganzen Blödsinn? Äh, ja, ich glaube, er hat das alles gekauft. Ha. Okay. Oder ist das mit dem, wir haben ja, wir haben ja... Na, ich habe halt noch meinen Hut, deswegen habe ich da erstmal gar nicht drauf geachtet. Ich glaube, das wird halt immer auf dem Host-Spielplatz. Also auf dem Speicherplatz quasi, wo man das hostet. Genau. Das kann sein. Na gut, dann liegt das alles auf der Eins, ja. Das ist ja heute mal die Zwei. Achso. Ja. Äh, weiß nicht, wann das ist. Achso, okay. Wenn ich rede, geht es... Ja, jetzt geht's. Oho. Ich frage mich immer noch, wo dieser Hahn eigentlich ist. Ähm, in der Wand, beim Kamin. Und da hinten in der Ecke ist so ein Kamin. Und das geht doch da so hoch und da wird der Hahn drin sein. Ah, ein Rohrhahn. Warte mal, warte, 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 warte. Ein Rohrgräb hier. Oh. Drück den Knopf. Oh, was wird uns hassen. Ja, aber der macht ja gar nicht mit. Und der könnte uns gar nicht erschießen. Also, überwiegend ja mich. Wieso? Naja, weil ich ja dann immer die doofen Witze mache, während wir auf Mission sind. Du bringst sie ja absichtlich nur dann, wenn er keine Möglichkeit hat, was zu tun. Ja, das ist berechnet. Ich kann nicht so schnell rennen. Ich habe schwerer Lust. Ah ja, okay. Apropos, ich habe das noch gar nicht rausgeschnitten mit deiner Selbstsprengung. Also, die hier. Oh nein. Hup. Legst du dich erstmal hin? Ja. Okay. Äh, jetzt gehen wir gerade aus. Na ja, die Map ändert sich jedes Mal, wenn wir hier sind. Was ist der mit der Kamera weg? Hallo? Hallo? Das war unheimlicher, als es hätte sein können. Oh, was ist das? Aha. Ein Brustkup. Ein Brustkup. Ein Brustkup. Ein Brustkup. Hast du Brustkup? Weißt du, der Brustkup war hier? Äh, nein. Nein, auch nicht. War dein Brustkup nicht hier? Ich habe heute die Folge gesehen. Äh, welcher? Wo du das sagst. Ach so. Oh, was ist das? Mit dem, äh, Schatten. Mit Fettgeil. Ach so. Ja, sehr gut. Mhm. Oh, wieso sind wir hier? Hier, warte mal. Das ist der andere Aufstieg. Sehr verwinkelt. Hup. Habuhn, Mann. Oh. Lass dich nicht abonieren. Oh, ich habe nicht aboniert. Aha. Das ist die Kamera, das ist schlecht, ne? Das weißt du. Nee, du stirbst. Du solltest nicht sofort tot sein. Aber vielleicht ist das gleich. Ich gehe mal. Ich lasse die das mal ausfechten. Und gucke mal, dass ich vielleicht die andere Kamera wieder finde. Vielleicht kann ich es aber auch rumlaufen. Und finde beide Kameras. Wenn das hier keine Sackgasse wäre. Ich denke mal, der wird das schon geregelt haben. Ich habe vollstes Vertrauen in den Reaper. Dem passiert so schnell nichts. Knochen. Setzt mir nichts. Oh, nein. Fuck, fuck, fuck. Wo ist er hin? Das war knapp. Okay, ich suche erst mal. Reaper. So, das war jetzt gleich hier. Es hat Reaper erwischt. Verdammt. Oh, nein. Oh, nein. Ah. Noch 50% Akku. Und die Hälfte an CO2. Wir schauen mal durch den anderen Eingang. Vielleicht finden wir da noch die verbleibende Kamera. Ach ja, die liebe Ausdauer. Jeder will sie. Keiner hat sie. Man kann sagen, was man will. Jede Ausdauer endet irgendwann. Das ist eine wahre Aussage. Auch wenn man das nicht wahrhaben will. Ich versuche mir gerade nur irgendwas aus den Fingern zu saugen. Um irgendwie ein bisschen was zu sagen. Viel geredet und nichts zu sagen. So, hier ist der Moria Eingang. Schauen wir einmal hinab. Okay, wir gehen nochmal rein. Stille breitete sich aus. Sie floss regelrecht über meine Nacken. Sie brachte meine Muskeln zum Knacken. Da aufhören musste ich frivohl lachen. Dachte ich. Nichts. Nicht mal Rattenarsch gibt es hier. Ja. Ah ja. Ja. Die Freifläche. Die Freifläche. Man sieht nicht, weil schwarz. Und eine Sackgasse. Ist ja noch schlecht. Und mir geht der Sauerstoff. Also okay, ich muss zurück. Ich muss mich auf den Rückweg machen. Der Sauerstoff wird knapp. Ich habe gerade Harpunmann wieder gehört. Ich habe gerade Harpunmann wieder gehört. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Meine Sauerstoffanzeige blinkt schon. Aber da ist die Bell. Die Bell ist die Rettung. Rettungsbell. Oh nein. Ich glaube, das war es mit mir. Geh weg, Geist. Geh weg. Verdammt. Wie habe ich das nur geschafft? Aha. Jawohl. Geh weg. Reepa? Atta besser. At'shier vivas. Okay. Wow, jetzt 5% verschwendet. Weil ich dachte, du sagst noch irgendwas. Nein, nein. Ich hatte wichtige Anrufe. Ach, Anrufe, Schmannrufe. Ja. Das sind halt die frühesten 3 sind die wichtigsten Anrufe. Es ist 20.19 Uhr. Aber nicht, wenn ich dieses Video gucke. Das ist ein Argument. Aber das hast du ja nicht. Weißt du es? Ja. Weißt du es, ob ich dieses Video nicht nachts um 3 angucken werde? Ja. Das Kino haben wir ja gar nicht. Habe ich das Kino geholt? Ach nee, das ist ja glaube ich egal, wer das Kino geholt hat. Ja genau, das Kino haben wir nicht. Ich weiß immer, wenn du deine Videos guckst. Ah ja, weil du guckst die Videos. Wenn du sie schaust. Tja, damit hast du nicht gerechnet, wa? So, jetzt. 3, 2, 1. Erst aufhören. Ein Christina. Ein Rohrgrepierer. Mit deiner Selbstsprechung? Oh nein. Super Schnitt. Hup. Er hätte sein können. Ein Brustkop. Ein Brustkop. Uh, die Chica. Ich habe heute die Folge gesehen. Also? Oh Mann. Oh. Aha. Ah shit, das war's. Das war's. Das ist die Kamera, das ist schlecht, ne? Das weißt du? Ey, du stoppst. Solltest nicht so schlecht. Ja, es war auch nicht so schlecht. Ich... Ich geh mal... Ich lass die das mal ausfechten. Das hat Reaper erwischt. Oh nein! Oh nein! Wir schauen mal durch den anderen Eingang. Vielleicht finden wir da noch die verbleibende Kamera. Okay, wir gehen noch mal rein. Ich mein, Rattenarsch gibt's ja. Ja! Wie Freifle... Ich muss mich aufm Rückweg machen, der Sauerstoff wird knapp. Ich hab grad Harpoonmann wieder gehört. Ja! Das war knapp. Das war knapp. Meine Sauerstoffanzeige blinkt schon. Aber da ist die Bell. Die Bell ist die Rettung. Rettungsbell. Oh nein, ich glaub das war's mit mir. Geh weg, Geist, geh weg! Verdammt! Wie hab ich das nur geschafft? Ah... Was? Ja gut. Hm... 790... Das... Können wir noch hinkriegen. Können wir noch schaffen. Vielleicht. So viel zu zweit passiert nicht so viel. Ne, das ist das, was ja normalerweise passiert. Das, wenn wir zu dritt gespielt haben, war's ja schon schlimmer. Das richtig. Mhm. Um... Mm... Untertitelung des ZDF, 2020